So, ein paar Tage nicht online gewesen. Mal schauen, was wir rausholen können. Oh, wir haben jede Menge, was wir holen können. Das ist ein Zeitbonus. Den legen wir uns einfach mal mit. Noch nicht. Jede Menge Boosts. Hunderter gingen ganz gut weiter, aber wir sind schon so weit. Wir können auch mit 50ern jetzt, glaube ich, anfangen. Das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Hui, das ist neu. Schau mal, das können wir noch gar nicht. Haha, da haben die jetzt irgendwelche Masken auf. Ja, gut, das hier mit diesem schon fast Bonbon-Harteil. So eine Spange oder was das da ist. Hütchen mit Drehteil. Das ist schon ein bisschen lustig, ne? Das passt ja doch irgendwie so ein Strohhut, aber... Hm, naja, gut. So, hier ist ein Hammer. Platsch! Hui, hier, schaut mal. Das sind Tentakel-Schleimmonster, was da irgendwie raushängt. Das ist auch neu. Jetzt müssen wir echt aufpassen hier, wenn wir immer wieder was Neues kriegen. Ob sich da irgendwas tut. Spinnen. Ui, was haben wir hier bekommen? Das ist geil, dieses Autokollekt. Das hätten wir viel früher holen müssen. Uuuuh, noch mehr Geister. Und Kürze. Ja, hat doch ordentlich was gebracht. Guck ich gerade mal, ob hier nochmal so ein neues Teil ist für ein Zombie. Aber ich glaube, da ist nichts... Ne, schade. Schade, schade, schade. Autokollekt-Slots plus drei. Das ist auch cool. Das sollten wir vielleicht auch noch holen. Sparen wir so 50 drauf. Weil das ja schon ein cooles Teil ist. Und ansonsten sind wir auch, glaube ich, schon wieder durch. Hier über den Gräber. Wieder ein neuer Schriftzug. Okay. Ui, die Augen sind neu. Schaut mal her. So Puppiaugen. Das ist neu gewesen. Okay. Was haben wir noch? Wir hätten ein paar Spins, die wir mitnehmen können. Warum nicht? Why not? Komm, 100. 100. Ah! Das macht ihr doch absichtlich, dass das so knapp ist. Schweine. Ah, ein Zombie. Immerhin. So, das werden wir jetzt erstmal im Monat machen. Immer wieder so ein paar Videos zusammenschneiden, dass dann so alle zwei Wochen kommen wird. Und dann mache ich dann ein großes Haus. Ja, ein paar Schreichen. Ich glaube, da muss noch der Hunderter-Spinner kommen. Äh, jetzt ist er weg. Mist. Aber 24 Stunden Rohrb wäre auch geil. Zwei Wissenschaftler. Die sind sehr teuer, da oben ist es in Ordnung. War doch gar nicht so schlecht. Hey, haben wir wieder jeder mehr gekraben. Gut. Gehen wir weg hier unten. Bei den Bäumen noch was getan. Ich glaube, wir sind hier oben weiter raus am Ragen. Das ist neu. Und hier unten. Aber ansonsten. Alles beim Alten. Gut. Dann mache ich hier wieder einen Cut. So. Da sind wir wieder mal. Auto-Collect. Das ist echt geil. Da kriegen wir cooles Zeug zusammen. Und wir haben voll den dicken Bonus gerade bekommen. Ich war zwei, drei Tage nicht online gewesen. Gibt es hier irgendwas Neues? Nö. Ich sehe nicht, dass ich hier irgendwie was machen kann. Also machen wir 50er Boosts. Und ich würde sagen mal hier. Hier können wir direkt noch einen machen. Wahnsinn. Das sind reichlich. Hat sich hier was groß getan. Propeller kannten wir schon. Und dass auch mehr Fledermäuse unterwegs sind, wie es aussieht. Hier sind Pupillen drin. Zwei dieses Mal. War das vorher auch zwei? Ja, das kann sein. Ich glaube, der Grabstein ist neu. Hier ist ein Feuer drunter. Das war vorher auch nicht so am Brennen. Ah. Hören wir Feuer. Ich wollte hier drunter. Das geht gar nicht. Okay. Hihihihihi. So. Ansonsten. Wir haben 26 wieder hiervon. Wofür wollten wir sparen? 50 glaube ich. Wir wollten für die. Wo war das? Auto Collect Slots plus 3. Das wollten wir uns holen. Genau. Ja, ja, ja. Das werden wir uns holen. Das ist nämlich echt praktisch. Okay. Dann machen wir hier wieder einen Break. So. Ein weiterer Tag wieder rum. Und. Jede Menge Kram wieder, den wir uns direkt per Auto Collect holen können. Was ein geiles Ding ist. Das wollen wir doch direkt mal erhöhen. Wir sind nämlich jetzt bei über 50. Auto Collect Slots plus 3. Geil. Das hat sich gelohnt. Das heißt, wir gucken jetzt. Sechs Gegenstände müssen eigentlich hier sein. Das ist super für die Zukunft. Hat sich sonst hier was getan? Nö. Nichts, was ich irgendwie nehmen kann. Wie ein Hammer oder so. Dann würde ich sagen, machen wir mal Barrels of Mutagen. Mutate Creatures into horrible Monsters. Okay. Sehe ich jetzt zwar nicht, dass das irgendwie passiert ist. Aber okay. Aber wir haben das Einkommen von den Wissenschaftlern erhöht. Und das ist richtig geil. So. Dann machen wir noch mal 50 von den Spooky Trees. Und wir haben keine Spinner. Dann sage ich mal bis morgen. Tschüsschen. So, da bin ich wieder. Gute zwei Wochen Pause. Lass uns mal schauen. Jede Menge Punkte. Ganz klar nach so langer Zeit. Dann sammeln wir natürlich erstmal den Kram ein, den wir hier bekommen haben. Und liegt hier noch mehr irgendwo rum. Ist nichts drin oder dergleichen. Nö. Sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Das können wir nicht machen. Aber hier haben wir ein paar Sachen. Poltergeist, Spooky. Zehnfaches Einkommen. Fünfzehnfach. Uiuiuiui. Und hier können wir natürlich auch einiges kaufen. Wir sind bei 50 mehr. Boah. Und so viel war es dann doch nicht. Aber immerhin. Und wir waren ja schon kurz davor gewesen, wieder zu sagen, dass wir von vorne starten müssen. Aber durch die lange Pause wollen wir mal schauen, ob da morgen nochmal irgendwie hier so ein krasser Multiplikator oder dergleichen reinkommt. Aber sehr wahrscheinlich ist hier auch ein Break. Und ich habe also auch nicht so viel Zeit zum Spielen momentan. Ach du je, wir haben 23 Spins, weil wir ewig nicht online waren, gab es direkt ganz viel. Nö. Die bauen wir aber jetzt nicht auf, würde ich sagen. Und machen dann nochmal hier einen Cut. Dann geht's. Dann geht's. Vielen Dank.